Habe! Voll im Stuss, Junge. Geht's direkt weiter hier. Random Geld verdienen, weil wir sonst nichts zu tun haben in unserem Leben. Ich seh auch richtig Motorrad-mäßig aus. Kann ich hier nicht einfach hochfahren? Natürlich, nee. Oh ja, ey, Mann. Schlimm das hier. Schlimm. Das ist mein Motorrad da, ey. Ja, rutsch runter. Ja, chill. Hä? LOL. Boah, Regen, Alter. In letzter Zeit regnet's einfach nur noch in den Spielen, die ich spiele, ey. Horizon jetzt ist auch nur Regen, Regen, Regen. Fünf Runden gefahren auf, äh, wie heißt sie nochmal? Goliath, ey. Vier Runden Regen. Ja, alles klar. Echt, ey. Ich hab, ey. Ich hätt jetzt mehr Bock auf fünf Runden Goliath im Ultima, ey. Jetzt wo ich weiß, wie die Karre abgeht. Ohne Witz, ey. Am besten lieber einen Kampfhubschrauber schnappen, ey. Und gib ihm, ey. Das ist ja nervig. Hier fährst du wieder hin und her. Sehr schön in die Länge gezogen, dass der immer in die Stadt fahren muss. Äh, flattert der schon mit nem Hubschrauber. Pfff. Pfff. Äh, Potionsfahrzeug? Was ist denn hier? in einen. Okay. Dann steig ich ja natürlich in das Ding hier ein, oder? Ja, du knickst zum Schrauber, du musst da einsteigen. Trocken. Dauert doch alles schon zu lange. In einer Minute musst du 30k hier verdienen, damit dich dann lohnt. Warum empfährt der sich so behindert, der war? Das ist ja ultra lame, das Ding. Wer will's wissen? Suck mal, komm. Ja, wow. Nicht mal kuppel sichere Scheiben hier. Aber wenn du jetzt mal auf Twitter guckst, ich hab da ein wunderschönes Thumbnail gebastelt. Was feiert der da? Die KI dreht auch wieder am Rad hier. Äh, erinnert mich direkt wieder an Need for Speed hier, ey. Der Verkehr wieder so perfekt. Ich muss in deiner Nähe bleiben, du super schlauer Johnny. Das Spiel ist halt so ein bisschen behindert. Die machen eben immer unnötig schwer, alle hier. Wer jetzt hier noch Online-Spieler wären, ey, könntest du solch im Cion auch in eine Tonne hauen. Die kommen mit ihren Jets und was weiß ich was, ey. Ja, die Online-Kamil wirklich ist ziemlich kent. Kann das sein? Ah, dann kommt doch ran. Die flüchten schon alle. Lolololololololololol. What's a problem? Äh, verteidigen, ja, ja, ja. Da steht eine halbe Armee hier, ey. Da kommt ja keiner. Muss man jetzt auch noch die Zeit abwarten? Ach, du Kacke, ey. Kannst ja direkt einfach hier. Hab ich noch ein paar. Sollen die doch hier drauf fahren, wenn sie wollen. Zack. Zack. Macht dann einmal Peng. Tja, ich fliege direkt wieder aus der Party. Tja. Das ist GTA. Jetzt stehst du hier sinnlos rum, musst warten, bis die Zeit abgelaufen ist, bis keine Gegner kommen. Das ist Luxus. Das ist Luxus. Ja, RIP Laptop, Blue Screen. Hast wieder, ne, zu viel Power abverlangt von deinem Gameboy. Ah, weißte was, ey, da kannst du ja, warte mal, hab ich Dings. Ja genau, lieber ein Saufen. Entspannter Job. Oh, ich weiß nicht. Ohne wie ist das Spiel so bescheuert. Guckt euch die schönen Pfützen an, ich laufe darin herum. Alter, jetzt kann doch nicht sein, dass die paar Motorräder alles war. Was glauben die denn hat man für Waffen hier in dem Spiel? Ja, ich kenne hier nur mit Pistole rum. Habt ihr das gesehen, ey, voll der Stunt-Knobel? Party ist gerade gestorben. Ich krieg schon wieder Aggression, ich werde schon, ich spür, wie die Aggression in mir aufsteigt. Weil das Spiel so unsterblich ist, weißt du, so langweilig. Es ist einfach langweilig wieder, das muss man zugeben, ne? Es ist so ein bisschen üde, denn das Spiel gibt mir keine Gegner. Dann ist weiter rumballern, aber es lässt mich nicht ballern, denn es kommen keine Gegner. Was soll denn diese Scheiße? Auf Passanten schießen hier. Ah, gucke mal. Dann geht man mal ein Stück nach vorne, dann passiert hier auch mal was. Sind meine Dinger da noch da? Ja, komm, fahr mal drauf. Die fahren ja noch nicht mal hier drauf. Guck mal, die sind so doof. Ich brauch noch nichts machen, Alter. Da reicht eine Person. Ach, weißt du was? Dann nicht. Mach mal weg die Scheiße da, bevor wieder ein Unglück passiert. Und der da hinten? Hey. Was macht der da? Wo ist der? Guck mal. Ah. Ah, da gammelt er rum. Ach, hast du mich auch mal bemerkt, du Affe, da hinten am rumcampen, weißt du? Ich hab bestimmt gerade WWE 2 gespielt. WWE 2, WWE. Komm, die werden vom Verkehr hier weggehauen, ey. Die Super-Experten. Was? 67.000? Okay. Geht klar, ne? Würde ich mal sagen. Da kriegt man den da ein, heißt auch nicht viel mehr. Leck mich fett. Was ist denn jetzt kaputt? Null Plan. Ja, toll. Jetzt kann ich wieder bis zum Arsch der Welt. Das ist halt die Kacke, dass das Clubhouse immer da oben am Arsch der Welt ist. Hill Valley, Church, Los Santos, ah. Ja. Ähm, 67.000, ähm, ja. Ne? Das ist ne Mark. Kann ich die nicht verwenden? Ich kann auch für die Motorräder nicht aufsteigen. Nehmen wir halt den Infernus. Äh, hier liegt Munition rum. Oh, Gratz-Munition. Joa, guten Tag. Na, willst du dein Auto wieder haben? Hä? Komm, hol dir dein Auto. Hö, hö, hö. Ha, 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 ha. Nee, 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 67.000, also, boah. Das ist ne Mark. Das geht's, ne? Auf jeden Fall schneller als ne kleine heißt. Jetzt hat man natürlich nur das Problem, dass man immer zu dem scheiß Clubhouse fahren muss. Hubschrauber wär' natürlich praktisch. Aber wenn du dann in der Mission wieder Autos verwenden musst, dann hast du natürlich wieder Pech. 67.000, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, dass ich jetzt nicht wieder A gedrückt hab. Vielleicht wieder ausgerestet. Na ja, schauen wir mal, ne? Wegen der Milch. Aha, da. Ich bin der Milch. Vielen Dank.